Was ist denn das Scheiße? Was ist denn das Scheiße? Warum habe ich das jetzt umgestaltet? Ich will nicht mal an das Ding ankommen. Okay. Nochmal. Rauscheliefer. Selb. Selb. Dähnlich ein. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Waaay! Okay, wir haben Ruhe gelöst. Hey dort! Donnywuss! Tot! Hurra! Ach nur B. Wird sich schon echt schneller machen können. Ich bin noch mal. Danke. So, ah, jetzt haben wir kurz die Sachen nicht bekommen, aber was haben wir da? Genetische Barriere, egal, egal, egal. Da hätten wir jetzt das andere Ding, ich habe einen Skillpunkt aber nur. Das kostet mir zwei, zwei, das kostet sogar drei. Und wir haben zwei Skillpunkte. Ressourcen. Was ist das hier? Ob ich nicht alle Coins habe oder was? Ja. So, ich verstehe, dass ich die Arena bin. Yeah, vergiss es. Oh, fertig? A plus! Ich glaube ich schließe den bei der... Nerf, Leader der Creeps, hat versprochen den Sauber zu beschützen. Nerf gibt's ähm... Auf Nerfs Wort kannst du dich verlassen, er erhält sein Wort. Sehen dafür brauchen wir, welches Level sind wir überhaupt? Ähm... Was haben wir denn da alles da? Wir sind Level 7! Drei Level brauchen wir noch. Oh, hier sind wir gut. Verheilen. Da rennt der Zauberer und ich hinterher. Hey, du da! Du bist... Du bist... Du bist... Du bist zu... Gekaufen, das Beschützen! Kill you! Er ist immer noch nach mir! Mach was! Wieso erinnerst du mich an Persona 5? Na endlich hast du dich entschieden, hier aufzutauchen! Versuch das nicht zu verpatzen, Nerf! Verlass mich auf den Wort. Hier unten ist unser... Wort... Ein Vertrag. Dieser Nerd ist unter unserem Schutz. Du möchtest ihn, dann musst du durch mich durch. Wenn diese Plattform stoppt, wird nur einer von uns... Davon gehen. Wir sind bereit, Krieger. Oh, krack, Nachos. I am so fucking ready for this. Das ist schwer zu sehen. Okay. Das ist wirklich... ... Ein Geh-hah! Ah, nee ha! Das ist schwer zu sehen! Verlangen hier. Deine, das... Was ist das? Was ist so? 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 Okay, ich freu mich wirklich Okay, warte jetzt mal Was gibt's da? Togos Shade when you attack Combine dash to damage or kill enemies Okay, aha, aha, aha The Blocks Projectiles Ich mache einen Umdrehungsschlag Schlag, das ist eine Basic Attack Eine Melee, eine Close Range Keine Projectile Warum werde ich halt zurückgeworfen, warum blockt das? Weg, weg Weg Eins, zwei Mist Ja, das mache ich jetzt so Ja, das ist irgendwie irgendwas Mist Ja, das ist irgendwie irgendwas